Jo, servus Leute, ich ist wieder euer JP und heute zünde ich den Knaller zum Start der Online-Saison. Ja, hier seht ihr mein England-Team. Ich habe das erste Spiel gesucht, finde hier einen Gegner, den Spenty-Elf mit seinem Seaham FC. Und ja, hat erstmal ewig gedauert, bis der hier weiter gedrückt hat, aber dann ist es doch zum Spiel gekommen und hier sehen wir kurz sein Team. Englisches Silber-Team und ich würde sagen, let's go Balotelli, denn dieser Typ ist abnormal gut und guckt euch einfach an. Dann mit einem sacken Schuss in den linken Winkel und ich habe mir gedacht, okay, so kann es ja eigentlich weitergehen. Aber der Gegner hatte irgendwie etwas dagegen, denn er kommt jetzt irgendwie mit Miller am Ball, irgendwie am 20, 20, 16 Meter rum. So kommt er irgendwie durch und schiebt es dann so lässig ins lange Eck, ich weiß auch nicht. War auch ziemlich schlecht verteidigt, aber ja, nichtsdestotrotz Balotelli schickt hier Lennon und Lennon gibt das Ding nochmal rein auf Balotelli. Balotelli und der macht dann hier ja ein Sweaty-Goal, könnte man sagen, rein zum 2 zu 1. Aber ja, in der Liga wird er nichts geschenkt, deswegen werde ich auch das eine oder andere Sweaty-Goal machen. Auf jeden Fall sehen wir hier gleich den Anstoß der zweiten Halbzeit. Und ich treffe mir hier Cicco erstmal durch und schicke dann hier Balotelli auf den Weg, aber sein Torhüter hält das Ding mit dem Kopf, voll auf die Birne. Aber ja, Cicco wieder am Ball und hier wieder Balotelli läuft hier, dem Verteidiger da vorne umkurft den Torhüter und dann schiebt er lässig zum 3 zu 1 rein. Also das erste Spiel war eigentlich das Spiel von Mario Balotelli, denn er macht hier eine Kiste als der anderen. Hier Lennon am Ball schickt Cicco und der macht das lässig ins lange Eck mit dem linken Fuß. Ja, das Spiel war eigentlich schon gelaufen, aber einen habe ich noch für euch und zwar wer außer Balotelli wird die Kiste machen. Wir sehen jetzt hier schöne Krätsche, Balotelli bekommt hier den Ball, umkurft den Spieler hier und schiebt dann über den Torhüter rein zum 5 zu 1. Das war auch gleichzeitig der Endstand, hat im Erzspiel gleich mal 4 Dinger gemacht und so wird es auch weitergehen. Ja, Erzspiel 5 zu 1, 3 Punkte, man braucht jetzt zum Aufstieg 9 Punkte und zur Meisterschaft braucht man 4. Siege, also 12 Punkte, genau. Und wir gehen jetzt gleich ins nächste Spiel. Er hatte, was hatte denn der für ein Team, was sollt ihr gleich sehen. Genau, der hatte so ein deutsches Silberteam aus der 2. Liga und hatte im Sturm die Rossi, aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt mit 1 zu 1 Führung gehen. Und das hier war kein 20 Goal, ich habe hier mit Balotelli den Gegenspieler angeschossen und dann ist der Ball etwas glücklich zu Kakawa gekommen, war auch gleich die Führung. Nicht, dass ich denke, ich mache nur 40 Goals, nein. Aber trotzdem werde ich jetzt mit der Rossi das 1 zu 1 machen. Ne, nicht der Rossi, die Natale, genau, die Natale. Unten links steht ja die Spielerdam nicht, war irgendwie so ein Bug von FIFA. Jo, 1 zu 1. Das hat mir natürlich nicht geschmeckt und deswegen werde ich jetzt mal den Balotelli Beast Mode aktivieren. Und ihr seht es hier nach dem Anschluss direkt, er treffelt sich einfach mal durch, läuft den Gegenspieler davon und schiebt lässig 1 zu 2 zu 1. Ja, richtig geiles Solo. Das war meine Antwort zum 1 zu 1. Und ja, war auch tatsächlich der Halbzeitstand. Jetzt werden wir in die zweite Halbzeit gehen, in die 58. Minute, in die 53. Und hier bekommt Jaco den Ball und haut hier mal eine Bums raus. Jawohl, 54. Jaco 3 zu 1, so kann das weitergehen. Und ja, ich habe das Ding jetzt eigentlich lässig runtergespielt, aber trotzdem wollte ich hier ein schnelles Spiel machen. In der 83. Verliert dann irgendwie, dummerweise, den Ball auch. Und ja, der Gegner nutzt die Chance auch mit Dina Thaler, schiebt der lässig 1 zu 3 zu 2. Aber nichtsdestotrotz werde ich das Spiel auch gewinnen mit 3 zu 2. Das heißt, zwei Spiele, sechs Punkte. Und wir brauchen noch einen Sieg, um den Aufstieg perfekt zu machen. Und noch einen zweiten Sieg, um die Meisterschaft zu holen. Und wir gehen auch gleich, nachdem wir hier sehen, sechs Punkte ins dritte Spiel. Ich habe damit dann noch ein bisschen was am Team verändert. Und habe da ein paar Fitnesskarten verteilt. Das kann ich euch nur empfehlen, immer mal gucken, ob die Spieler noch genug Fitness haben. Im Endeffekt tauscht ich es aus. Und ja, hier. Was ist das für ein Gegner? Ein Goldteam gegen ein Bronzeteam. Gut, der hatte zwei Silberspieler, aber die haben sie jetzt auch nicht gerissen. Hier Eckballchancen, Kopfball, Balotelli, 1, 0. Zehnte Minute. Und ich werde euch sagen, es wird auch so weitergehen. Also ich werde euch nur die Tore zeigen, weil der Gegner wird am Ende auf Rage bitten. Hier Lennon mit einer Flanke. Balotelli, Kopfball, 2, 0. Ja, 14. Minute, 2, 0. Er kriegt dann einfach keine Chance mit seinem Team. Aber was möchte man da auch machen? Und hier verliert er auch gleich den Ball nach dem Anstoß. Und ich lasse die Sehnen einfach mal umgeschnitten. Hier Bent am Ball. Und der haut einfach mal das Ding drauf. Bam! 3, 0. 15. Ja, beim Bronzeteam wieder. Ja, was willst du da erwarten? Der lässt den Ball meistens noch abklatschen. Und ja, es wird weitergehen. Kakawa, Bent, Balotelli und kurft den Tor wieder. Und schiebt letztlich 1, 14, 0. Und ich glaube, das müsste jetzt auch der Endstand gewesen sein. Nach 17 Minuten, 4, 0. Ja, ich glaube, selbst da würde ich Ragequitten. Und das heißt, nach 3 Spielen haben wir 3 Siege, 9 Punkte. Und wir sehen uns hier, der Gegner ist geragequittet. Und ja, das war es von dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt brauchen wir noch ein Spiel, bzw. einen Sieg zur Meisterschaft. Und das werde ich live aufnehmen. Ich werde auch ein Live-Kommentary machen. Und das werde ich jetzt auch bei jeder Serie so machen. Wenn es irgendwie um ein Aufstiegsspiel geht, werde ich ein Live-Kommentary machen. Und ich sage Servus und bis zum nächsten Mal. Euer JP. Ich sage Servus und bis zum nächsten Mal.